Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf NoHandGaming. Dieses Video, was hier jetzt kommt, Freunde, ist schon etwas älter und habe ich gestern sogar schon hochgeladen, gestern Abend. Musste ich dann aber offline nehmen aus einem Grund. Und zwar habe ich einen Stadion-Vlog gemacht, aus dem Stadion raus, von Bayern gegen Hertha, als Hertha 2-0 gegen Bayern im Olympiastadion in Berlin gewonnen hat, mit Bosio und mit meinem Vater. Leider musste ich das Ganze offline nehmen, weil die DFL damit nicht so einverstanden war, dass ich Sachen aus dem Stadion gefilmt habe. Tut mir leid an dieser Stelle, Freunde, hatte ich gar nicht im Kopf gehabt einfach, aber deshalb muss ich das Video wieder offline nehmen und leider den kompletten ersten Part, die ersten fünf Minuten komplett rausschneiden. Ich habe jetzt überlegt, ob ich euch das Video trotzdem zeige, den Rest, und dachte mir, ja, komm, ich zeige euch den geilsten E-Spot- und Gaming-Raum, den es aktuell so gibt. Auf jeden Fall, Bosio, etwas Geiles gefilmt, Freunde, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu dem Raum in die Kommentare rein, Leute. Ich habe euch als kleine Entschädigung heute nochmal den Dieter mitgebracht. Vielleicht hat der ein bisschen, vielleicht, ja, es tut mir leid, dass das Video gestern nicht kam. Später gibt es heute auf jeden Fall noch einen Stream, Freunde, und dann viel Spaß bei dem Video. Es ist jetzt wirklich leider nicht ganz so lange, aber es gefällt mir trotzdem eigentlich ganz gut. Viel Spaß bei der Roomtour. Na, es ist am Ende eigentlich jetzt eine Roomtour. So, Freunde, und da haben wir schon wieder den nächsten Tag. Es war kein Traum, wir haben tatsächlich die Bayern mit 2-0 besiegt. Man darf sich einmal freuen im Jahr, ist auf jeden Fall geil. Und jetzt stehen wir gerade hier vor der Geschäftsstelle bei Hertha BSC, denn heute geht das Bootcamp los. Ich zeige euch heute einer, wenn nicht sogar der modernsten E-Sports-Trainingräume in Deutschlands. Er ist jetzt mittlerweile fertig, es wird richtig geil. Ich nehme euch heute ein bisschen mit durch den Tag, durch das Bootcamp. Wir sehen noch die Haaren und die anderen E-Sportler. Wahrscheinlich vielleicht werden auch noch Fußballer von Hertha dabei sein. Ich will es euch nicht versprechen, aber wir sind sowieso schon zu spät. Also lasst jetzt mal reingehen. Im Spiel habe ich die Prioritäten so gesetzt, dass ich heute hier sein kann und habe dafür das Bayern-Spiel geknickt gestern Abend. Dann könnt ihr schon erkennen, wie wichtig mir die ganze Sache hier ist mit euch und wie sehr ich mich eigentlich darauf freue, dass ihr jetzt heute das belegt. Man steht zu Biere vielleicht, Biere nicht, aber bei Jüngeren an die Cola, bei Älteren an die Biere auf dem Tisch und dann zocken sie da die Wochenenden durch oder die Nächte, bis die Augenringe ganz groß sind. Das ist auch der Stereotyp, was viele da noch irgendwie mit verbinden mit E-Sport. Aber das ist es gar nicht mehr, dass wir da zusammen mit dem Weltmarkt verlangen gehen. So Freunde, wir sind jetzt gerade hier noch im Hertha BSC Shop. Ihr seht, hier gibt es sehr, sehr viele geile Sachen von Hertha. Wir gehen jetzt in den E-Sports Raum. Ich kann euch jetzt den E-Sports Raum fertig zeigen. Ich würde sagen, ich überlasse Post für die Kamera und wir werden euch jetzt erstmal in einen geilen E-Sports Raum Video, Porno, Zusammenschnitt zeigen. Abfahrtpost, Junge. I like that. I like that. I like that. So Leute, willkommen in den modernsten E-Sports Gaming Akademie Raum weltweit, Deutschland und EU. Komm mal rein, ich zeige euch nochmal den Raum ein bisschen direkter, wenn wir reinkommen. Wir sehen schon, die Audioqualität ändert sich. Mach mal die Tür zu, komm mal rein hier. Also ihr seht schon, hinter mir ist direkt der Riesenbeamer, Leute. Den hat ja Boss hier gerade auch schon gefilmt. Wir haben hier jeweils vier Gaming Stations und die Streaming Stations und in jedem Raum und in jedem Station kann einmal hier nach oben, auch da ist ja Elias, hallo, kann einmal hier drauf projiziert werden. Und der Greenskin ist auch am Start, der wird jetzt gleich ein paar Packs öffnen, das gehört hier nämlich auch dazu. Die Jungs lernen natürlich auch, wie sie mit Social Media umgehen können, wenn nicht von wem, nicht von mir, von wem dann. Und dann, ne, perfekt. So, wir haben das Buffet, das wurde schon aufgegessen, ja, vorhin war es noch da, jetzt ist es aber schon weg. Wir gehen mal hier hin, die Jungs sind schon am Zocken, hier schaut mal schon, der erste Player of the Month schon am Start von Tom. Übrigens nochmal zu den Jungs hier, die da sind. Die letzte Fußball-Challenge kam ja echt gut an, auch wenn wir natürlich sehr professionell gekickt haben. Ihr seht schon, die Jungs sind schon alle am Zocken, jetzt ist natürlich die heißeste Phase gerade. Und jeder hat seinen eigenen Monitor, also jeder kann jede Gaming Station jederzeit benutzen, jeder hat sein Profil überall. Wir haben sogar den Daniel hier. Wir wollen, das geht. Sehr motiviert. Wird mich coachen, um Tizi zu schlagen, oder? Ja, wir haben die nächste Gaming Station hier auch nochmal am Start. Jeder hat hier auch nochmal, guck mal, schaut euch das mal an. Die schönen Hertha-Editionen von FIFA 19. Sehr, sehr geil. Dann haben wir hier noch ein bisschen Controller schön aufgestellt und so weiter, um alles schön aus, dass alles schön aussieht. Der Raum an sich, Freunde, der Raum an sich ist ja schon sehr, sehr lang gezogen, nicht so breit, aber das ist eigentlich vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Ja, wir gehen mal weiter nach den ganzen Gaming Stations, die ja alle einfach mit einer Xbox und mit einer Playstation jeweils ausgestattet sind. Haben wir hier hinten die Streaming Station, Leute. Es ist eigentlich ein Traum für jeden Streamer, das so schön zu haben. Also schön abgedeckt hier noch, die Kabel sind nicht so wirklich sichtbar. Denkt euch einfach diese Kabel hier weg, die sind heute nicht da. Wir haben super Beleuchtung, wenn ich mich mal hierhin stelle. Ola wie Hände, wir haben hier die Greenscreen am Start, wir haben dreifaches Modentor-Setup, wir haben einen guten Streaming-PC, beide Konsolen hier am Start. Und die Jungs können hier weiter Packs öffnen, wollen auch gar nicht Elias weiter stören. Ich glaube, wir können mal von hier einen Überblick zeigen aus der Ecke in den Raum rein. Ich glaube, so sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr geil aus. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Raum hier in die Kommentare rein. Die Jungs waren jetzt sehr fleißig, ruhig, während ich hier aufgenommen habe. Wenn die Kamera, dann werden sie immer verstummen sie aktuell noch, wie bei der Fußball-Challenge. Aber das lernen die, glaube ich, noch. Ja, das war es jetzt erstmal mit diesem Raum. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Danke, Bossio, fürs Film. Very nice. Very super.